Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Cosax Spectre Ich habe vorgenommen in der nächsten in dieser Folge, nicht in der nächsten, sorry die einfach da hinbauen die denen ne, die Spanier und äh ähm, das hier, das das Dänemark da anzugreifen und auszulöschen erstmal alles erforschen, dann haben wir es vielleicht leichter da einmal an ach das eine war glaube ich Artillerie irgendwie alles reparieren ne ja das waren Truppen reparieren das ist eigentlich sinnlos, was ich hier alles erforsche aaaaaaah ist ja Wurst schon mal ein paar Bauern Trupps hier für für die Spanier zusammenstellen und dann gehts los, gehts los Bib... 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 hier ist noch eine Mine aber die ist mir vollkommen egal Eigentlich komm, machen wir Ist doch nicht viel Aber dann habe ich da erstmal meine Ruhe Bauern kommen dann auch hoch Apropos Bauern Ja, habe ich noch Was fehlt denn eigentlich hier für Okay Wo ist denn mein Dings hier? Ja, da ist es Ich frage nach Holz Und stelle das auf 500.000 Kriege auch hier wieder Gut, passt Die sind voll gut Voll auf dem Bildschirm gerotzt Die bleiben hier stecken So, aber ganz schnell dahin Ihr nervt mich Okay Ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Dann müssen wir noch mal Ah, scheiße Äh Noch mal ein paar Ganz viele Truppen bauen Wie viel brauche ich denn da Aber die müssen eigentlich da die Stellung halten 250 Ja, passt Wasch wackelt und dann läuft Ja, bitte Zack, zack Jetzt, z Ziemlich zügig Ziemlich zwiebeln Ziemlich zwiebeln Ziemlich zwiebeln Alles abmalern Was hier in die Quere kommt Quere kommt Doch, sind nicht schlecht Ziemlich schlecht Hier die Kanone muss ganz schnell eliminiert werden Das hättet ihr meine ganzen Truppen kaputt gemacht So Warum baut ihr denn nicht weiter ab hier Unfassbar fucking scheiße Nein, das habe ich nicht gesagt Aha, wo wollt ihr denn hin Ganz schnell mal hier Zu geil Ist zwar nicht So notwendig Aber was soll's Sind ja nicht die allerbesten Bevor hier ein Soldat Hier Alle meine Bauern kaputt macht Dann Schafft er eh nicht Sind das zu viele Ja Sind zu viele Da steht ja noch ein Gebäude Wie sind die hier eigentlich hingekommen Läuft er nicht von jederzeit hier rum? Ich bin mir nicht ganz sicher Ich bin mir nicht ganz sicher Aber ich seh da gar noch was Orangenes Wollen wir die mal mit Bauern kaputt machen? Mach dich Nee Das war eine scheiß Idee Aber auch scheiß Sachen lernt man ja Das weiß man ja Neue Mine Oh, da sind schon ein paar Leute Leute Aber das ist natürlich schlimm Weil die Angst haben So eine Schisser Oh, alle fertig gebaut Ja, dann Äh Stellen wir die mal da hin Tz, wie so hab ich denn? 52 Hä? Hä? Nicht alle Häuser fertig gebaut sind Und darum ist auch der Part vorbei, ne? Ich wusste es Deshalb guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung Dort ist Twitter und Facebook verlinkt Lasst ein Abo da, damit ihr gar nichts mehr verpasst Ja, und wir sehen uns Dann, ne? Im nächsten Part So viel kaputt, ey Was suchen die denn hier? Ich glaube, wir müssen im nächsten Part echt viel machen Also ich sag tschüss Bis zum nächsten Part Bis dann, tschüss